Diese zu veräußernde gut gepflegte 8-Zimmer-Doppelhaus-Hälfte steht in Hannover-Messburg-Nord. Das im Jahr 1956 erbaute 3-Etagen-Haus wurde 2014 saniert. Das Haus verfügt über eine Einliegerwohnung und 4 Carport-Stellplätze. Es hat 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 807 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 425.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.